Dann klatsch ich dich schon mal von der Strecke. Na, na, das machst du nicht. So, wahrscheinlich spiele ich jetzt direkt in der ersten Kurve raus. Jawohl, besseres Wetter am dritten Mal. So, das sieht aber gut aus, das sieht aber nicht nach oben aus, das ist ehrlich. Ne, das sieht richtig gut aus. Dann würd ich mal sagen, herzlich willkommen zu Let's Play F1 2013. Jawoll. Oh ne, Regen. Wo? Oh, bei mir wird Regen eingezeigt. Kein Scheiß. Oh, die Sonne scheint doch, auf die Strecke, mega. Bei mir scheint da echt Regen. Aber ich, echt immer noch laut. Ich weiß es nicht. Oh, der Strecke. Volli fein. Wenn die Leute so verstanden sind. Und rausgeflogen. HÄMEL! Mach's doch mehr Spaß. Ich versuch auch mal wieder durchzuhälchen. Jaja. Zum Glück Rage mit vielen Regen. Kein Scheiß mal ein bisschen zurück. Jetzt andere aber einfach nur zusammengeschrieben. Einen ganz bösen Menschen. Ja. Oh, krass. Oh, da hast du noch schön Schaum aufgefüllt. Kann man mal machen. Nur davon, ne? Nein. Abgekürzt, Mama! Jetzt fahrst du schon gleich wieder von ganz hinten. Ja, wenn du auf den Brutz hast dann... Jawoll! Rutz sein Ungöhnlich! Jawoll! Jawoll! Ja, gewoll! Ja, gewoll! Ja, gewoll! Ja, gewoll! Ich weiß, was. Ich hab ja schon mal die Leute weiterzufahren. Warte, ich weiß. Ich hab ja schon mal ein 8-Titel hier. Oh mein Gott! Ich kenn einen der Verlaufung ganz hinten. Nein. Ich kann diese Strecke einfach nicht. Ich kann sie einfach nicht. Ich hab das Stürme in die Kingsprobe. Oh, ich glaube, der hat mal Haarschaft so abgekürzt. Das ist so eine schlechte, unnötig. Ich glaube, A11. Oh, A11. Wow. Ah, nee, geil. So. Ich weiß jetzt nicht, welche Rennstahl wen bestochen hat hier. Aktuelle Position 22. Aber egal. Kann ja alles passieren. Genau. So, erstmal gute Rennstrategie hier auswählen. Dann kann man den Feines. Ja, aber ein bisschen Wolken habe ich hier angezeigt. Aber, naja. Okay. Hart. Rennstahl. Ich habe drei Stops. Ich habe auch drei. Ja, bei fünf, wie viel Runden sind hat. 29. Ah, 29. Ja, macht Sinn. Oh, ich will. Oh, pff. Ja, ich will keine Weiche. Oh, kann ich nicht einfach zweimal hart? Warte mal hart, hart. Oh, nee, das kommt mit hin. Ah, das muss wohl so sein. Nee, komm, das will ich aber tauschen hier. Kann ich den jetzt nicht switchen? Nein, ich höre mich schon. Nein, ich höre mich schon. Wenn ich die jetzt hier ent... Oh komm, weißt du was, da kann ich mal muscheln, wir sind bei Pirari, die müssen wissen was zu tun, wenn nicht, geht nächste Woche auf die Klatsch, die Klatsch auf die nackte Eichel. Ich vertraue jetzt mal in die KI und wenn es nicht passt, dann Marsch das beim nächsten Mal besser. Ich muss jetzt irgendwie schon nach vier Runden oder so rein, das ist ja voll scheiße. Ich glaube ich noch fünf. Bei fünf Runden hält das Ding auf jeden Fall. Du bist ja mitten auf dem ersten, Mama. Gernander! 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 Was haben wir ihn weint, what the fuck? Weil der Verpult so gut ist. Komm, ist Clinton, Hillary. Ed Hillary! Hillary Clinton, das ist doch arschlau. Ich hab da genau. Der Nachteil ist jetzt, die alle innen reinziehen. Ich war jetzt mal vorsichtig hier. Ich auch. Oh, ich verliere Plätze. So geht das aber nicht hier. Oh, hab ich mich durchgemogelt. Ich bin jetzt zwölfter. Ich bin fünfter. Ich bin echt vorsichtig gefahren. Weißt du, wer vor mir ist? GANANDO! Ich war hier noch auf Amateur, gell? Ja. Wir haben so einen Button. Oh, ich bin zu zweit raus. Du kommst nicht vorbei. Ey! Das ist ein Arschloch. Teamkollege hier. Ja. Ah, fuck. Jetzt ist er sich. Extremes verwendet. Wahrscheinlich wieder Konditionen verwendet. Mal. Ja, wieder ich, gell? Nein. Ja, wir müssen zu zweit raus. Ja, die will jetzt tatsächlich die Mache begeben. Ja, der ist. Ey, der hat das Spiel rübergedrückt. Strafe mal, oh man. Wie hast du jetzt eine Feiststrafe? Ich habe nichts gemacht, weil ich so vor gesagt habe. Wie viele Sekunden? Zehn Sekunden Zeitstrafe. Du willst mich verarschen. Für was? Safety Car ist raus. LOL. Ich glaube, ich war auch nicht so ganz entschuldig. LOL. Safety Car ist raus. Ja, jetzt kannst du ihn nochmal gut aufholen. Oh, wie scheiße. Was heißt? Darf ich das nicht überholen, oder was? Gut, warte. Ah, Benzin-Gemisch 1 sagt er mir. Safety Car Spritschbar. Okay. Das ist ein Safety Car. Das ist gut. Okay, überholen ist verboten. Okay, überholen ist verboten. Okay, jetzt ist das Safety Car vor mir. Okay, krass, der Dross ist automatisch in den Speed. Ich kann gar nicht schneller fahren. Ich merke das. Ich merke das. Ich merke das. Ich weiß einfach, wenn du Vollgas gegeben hast, um den Kurvenbox zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich das nicht überholen kann. Aber was machen die denn so lange da? Ich weiß nicht. Irgendwas sind die da am... Was hast du denn da hinten angestellt? Gar nichts. Ja, ja, Mr. 10 Sekunden. Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung warum. Wirklich nicht. Die haben sich wahrscheinlich hinter mir zerschossen. Aber ich war halt wieder schuld. Krass, ey. Aber wie krass die Strafen auch immer sind. Voll übertrieben. Ich fahre einmal hier auf der... Der hat immer noch eine 300 Safety Car. Was machen die denn da? Was machen die denn da? Ich zeig dir mir hier Boxenstop an. Das kannst du aber voll knicken. Ich mach doch jetzt kein Boxenstop. Meine Räder sind doch noch voll gut. Meine Reife. Da ist das schwude Ding her draußen. Oh je. Jetzt nimmer, ne? Ja, aber ich fahre doch jetzt nicht in die Box. Die Reifen sind gerade mal leicht orange. Aber ganz durchsichtig. Meine sind grün. Ja, dann musst du auf das zweite gehen. Mit auf das erste. Das erste ist die Temperatur. Ja, wo kann man das machen? Auf B. Wenn du den Xbox-Kontroll da hast. Oh. Da kann ich ruhig klicken. Hm. Da hast du auch Benzin auf Mager gestellt. Voll schnitt. Das kannst du mit dem Steuerkreuz machen. Jetzt drückst du nach oben. Und dann auf Mager für mich ein. Okay, Safety Car kommt diese Runde rein. Diese Runde rein. Diese Runde rein. Werf die Bremsen und Reifen vor dem Neustart auf. Achte auf die Temperaturen. Ich fahre schon die ganze rechts, links, damit ich meinen Reifen auf der Temperatur besser bin. Hallo. Hallo. Jaaaa. Welchen Platz bist du eigentlich gerade? Du hüfter. Fernando. Fernando ist auf dem Weg in die Box. Fernando. Werter. Werter. Ich tue Huber. Ich brauche dir. Ich fahre immer noch ein bisschen zu achten, ich will halt nach vorne kommen, ich will nicht hinten rumhängen. Alter, wie ich das einfach nicht hinkrieg? Ich will nicht immer so hart abbremsen, ich will immer schnell in die Probe richtig rüben durch, aber das geht nicht. Ich will aber nicht in die Box, ich könnte jetzt eigentlich noch durchfahren und einen Stopp fahren, denke ich mal. Ich fahre jetzt in die Box, ich fahre jetzt rein. Ja, ich muss wahrscheinlich auch, meine Strategie war jetzt frei. Oder eigentlich totaler Pulse, ich bin weder am Rutschen noch irgendwas. Oh, ich rutsche schon relativ. Oh Crew, ich hoffe, ihr wisst mal den Hut. Oh Crew, ich rutsche viel zu viel, ich muss einfach weg, ich muss diesen Box haben, das schaffe ich nicht. Der Grüne ist wieder nach vorne gegangen. Ja, das hätte ein Set 4 als Safety Car. Laut unserer Dati fährt ein Vordermann offenbar im Benzin-Sparmode. Seine Rutschenseiten werden etwa schlechter werden. Mein Auto hinterher ist der Frontflügel leicht beschädigt. Ich bin sicher vorletzter. Ja, na gut, nach dem Boxen stoppt. Die müssen ja auch noch alle rein. Ich bin in den A-Haufen Leute mit reingefahren. Eigentlich alle, die vor mich sind, ich war ja erstmal unterwegs. Dein Diklamatt ist auf den erderen Reifen unterwegs. Und er sollte langsamer sein als du. Die muss versuchen, eine Lücke heräumt zu fahren. Komm, ich lern die Strecke einfach nicht. Nee, aber das kommt ja auch irgendwie... Die andere... Wie alles gleich aus. Das hat mich so verwirrt hier. Sieht alles meiner Meinung nach gleich aus. Das hat mich so verwirrt hier. Ah, jetzt sind die Haufen an der Box. Jetzt müssen sie wieder nach vorne kommen. Ich muss mir einfach angewöhnen, früher zu bremsen. Ich bremse mal zu stehen. Tschüss. Warten. Warten! Die Motortemperatur ist gut. Besorgt dafür, dass es so bleibt. Die Motortemperatur ist gut. Okay, da hätte ich noch mehr Abkommen. Welchen Platz bist du? Besser. Aber eigentlich auch nur, weil die vor mir noch nicht in der Box sind. Die müssen in der Box fahren. Ich glaube, die fahren erst mit dem Hasen. Ich bin nicht in der Box. Oh, verbremst. Wie idiot. Muss ich doch immer so übertreiben, ey. Geil. DRS ist jetzt aktiviert. Du kannst es in der DRS-Mitrone verwenden. Wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Boah. Geil. Gut gemacht. Das war die schnellste Hinrufe. Das war die schnellste Hinrufe. Die letzte Kurve ist schon so ätzend. Ja, ich hoffe. Da bin ich auch eben rausgeflogen. Da bin ich trotzdem schnell drunter gefahren. Oh. Hatten wir nie nichts mehr noch. Über den fünf Sekunden hinter dir. Ey, diese fucking... Ich lebe dich jetzt. Oh, war Warnung abkürzend. Für was denn? Ey, das ist so übertrieben. Du kommst mit einem halben Eifen. Das Ding. Schon hast du angeblich abgetürzt. Alter. Du darfst eigentlich keinen zeigen. Der Mord ist für mich. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hinterland mit Standarddrehzahl. Hinterland mit Standarddrehzahl. Die Box ist für dich bereit, komm diese Runde rein. Schon wieder Box? Schon wieder schnell zur Runde. Alter, wie die Abbremsen hier. Da ist die Schubel. Wie du da bist, ne? Hier sind ein ganzer Haufen Formel. 16 da. Aber hier sind ultra viele Formel. Vier oder fünf Stück. Das ist der Problem, dass die sich da vorne gleich alle wickeln. Das kann gut sein. Das hat auf einmal drei Plätze gut gemacht. Das hat auf einmal drei Plätze gut gemacht. Oh shit. Ja, der war natürlich am besten. Aber glaube ich nicht. Ja, die Saison ist lang. Hauptsache, der ist umgekommen. Jetzt bin ich wieder der Box. Echt schon wieder? Ja. Ich bin ja mit dem Weichen gestartet. Und jetzt haben sie mir nochmal Weich aufgestellt. Jetzt kommen wir zum ersten Grad. Achso, vier Stopps? Ne, drei. Das ist mein zweiter Stopp. Drei habe ich nicht. Und jetzt bin ich noch mal. Qualität von dieser Kampscheide. Klar, ich meine. Nein, wohl nicht nicht, wenn du auf die Strecke fährst. Die Pferde. Ich bin ja mit dem Weichen. Ich bin ja mit dem Weichen. Ich bin ja mit dem Weichen. Die Lünge zu schieben. Immer diese Kurven haben. Das Auto vor dir hält nicht auf. Du musst überholen. Im Moment lebst du im Sektor 1, schneller. Krass, halt ist der gerade krass gefahren, der Hamilton. Alter, richtig krass. In der Mitte, ist das noch etwas hinten? Das auch. Oh, Peres. Oh, Hamilton, Boxer. Das war auch nicht so. Ja. Meine Hände sind so am schwitzen. Ja, meine Ohren. Raus mehr. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ah. Aber hast du ein bisschen Trainer aufgenommen? Ja. Oh, ich war zu greedy. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020